So, heute geht es ganz schnell. Einfaches Setup auf Fuchs Petrolup, aber aus charttechnischer Sicht nicht weniger interessant. Zuvor aber, wie immer, die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen spiegeln lediglich die Meinung von Primequants wieder. Die vorgestellten Produkte werden zu Demonstrationszwecken gezeigt und Aussagen, die die Zukunft betreffen, sind immer risikobehaftet. Werfen wir einen Blick auf den Langfrist-Chart. Fuchs Petrolup, ein starker Trendwert. Bereits in diesem Jahr ging es 25,45% nach oben. Wir haben am 20. Juni mit 51,91 Euro auch ein neues Allzeithoch erreicht. Über den Sommer dann eher eine schwächere Tendenz und was ein bisschen überrascht ist, der Blick auf die Analystenkommentare. Denn die bewegen sich mit ihren Kurszielen momentan in einer Range zwischen 39 und 50 Euro. Wir sind also am oberen Ende momentan dieser Spanne angelangt. Die Analysten rechnen hier also zunächst nicht, damit das hier noch ein großer Sprung nach oben kommt. Aus charttechnischer Sicht wäre der aber durchaus vorstellbar. Aber zunächst einmal der Blick schnell auf den Trend-Chart. Hier sehen wir, dass wir uns in einem klaren Aufwärtstrend befinden, gemessen an der 200-Tage-Linie, die wir am 15. Dezember 2016 überbieten konnten und seitdem 28,5% an Wert zulegen konnten. Momentan verläuft die 200-Tage-Linie bei 46,55 Euro. Wechseln wir auf den Kerzen-Chart und gehen wir ein wenig ins Detail. Nach dem Allzeithoch im Juni haben wir zunächst eine Konsolidierungsbewegung eingeschlagen. Dadurch hat sich ein Flaggenmuster herausgebildet. Dieses haben wir nun bullisch nach oben aufgelöst. Damit liegen formal neue charttechnische Long-Impulse vor. Wir müssten allerdings einkalkulieren, dass es hier eventuell zu einem Pullback kommen könnte. Das gilt vor allen Dingen, solange wir das Juli-Top bei 50,9 Euro nicht überbieten. Das heißt, wir müssten hier noch so einen kleinen Dip nach unten einkalkulieren, sollten wir aber spätestens bei 49 wieder nach oben abfedern und im Anschluss das Juli-Top und auch das Juni-Allzeithoch überbieten. Ja, dann wäre durchaus Platz bis in den Bereich von 55 Euro. Wie könnte so ein Setup konkret aussehen? Ich habe mal ein Beispiel vorbereitet anhand eines Turbo Long von der City mit der WKN CY00AT. Die Scheine verfügen über ein Knockout-Level bei 39,31 Euro und eine Hebelwirkung von 4,44 Euro. Momentan werden die Zertifikate auf einen Kurs von 1,11 Euro zu 1,12 Euro taxiert. Das heißt jetzt für unser Kursziel im Bereich von 55 Euro, ich zeichne das hier mal schnell ein, dann sieht man es besser. Das würde im Zertifikat einem Kurs von 1,57 Euro entsprechen. Dadurch ergibt sich eine Gewinnchance von knapp 40 Prozent. Den Stop-Loss müsste man ziemlich eng vermerken, denn sollten wir hier in diesen Trendkanal zurückfallen, dann wäre das Flaggenmuster wieder vom Tisch und wir müssten mit einer Korrektur bis in den Bereich von knapp unter 45 Euro rechnen. Ja, wie komme ich darauf? Dazu holen wir uns mal einmal das Volumenprofil dazu. Wir haben hier nämlich noch unterhalb von 74 einen Volumen-Armen-Korridor vorliegen und der macht erfahrungsgemäß schnelle Bewegungen möglich. Daher hier das Korrekturpotenzial dann auf der Unterseite, wenn wir wieder in diesen Kanal zurückfallen sollten, würde sich dann auf 44,50 Euro belaufen. Der Stop-Loss auf dem Niveau dann bei 48 Euro würde im Schein einem Kurs von 87 Cent entsprechen. Damit ergibt sich momentan ein Risiko von 22,39 Prozent. Das war es dann jetzt auf die Schnelle von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und natürlich weiterhin erfolgreiche Trades.